Das United States Africa Command ist das sechste und jüngste Regionalkommando der US-Streitkräfte, das im Oktober 2007 aufgestellt wurde. Seitdem im Oktober 2008 die volle Operationsfähigkeit hergestellt wurde, ist AFRICOM das Oberkommando über US-amerikanische Militäroperationen auf dem gesamten afrikanischen Kontinent mit Ausnahme von Ägypten. Das weiterhin zum US Central Command gehört Geschichte. Über die Aufstellung eines US-Regionalkommandos für den afrikanischen Kontinent wurde bereits ab 2003 spekuliert. Afrika geriet mehr und mehr in das Aufmerksamkeitsspektrum der Regierung der Vereinigten Staaten. So fand 2005 eine Antiterrorübung der US-Streitkräfte in der Sahara statt. Zudem sind US-Einheiten am Horn von Afrika innerhalb der Operation Enduring Freedom for Djibouti beteiligt. Da nach Schätzungen bis 2015 ungefähr 25% des US-amerikanischen Öls aus Afrika kommen wird, arbeiten Lobbyisten seit 2002 daran, die Regierung der Vereinigten Staaten zu bewegen, eine militärische Präsenz in Afrika, hier vor allem im Golf von Guinea, aufzustellen. Um gegen Wirtschaftskontrahenten allen voran China einen Vorteil zu erlangen, Bzw. neue Erdölfördergebiete für die US-Ölindustrie zu sichern. Die Debatte um die Aufstellung des Afrika Command drehte sich daher im Vorfeld darum, ob die geschätzten 5 Milliarden US-Dollar, die jährlich für diese Kommandoeinrichtung aufgewendet werden, gerechtfertigt seien. Die Denkfabrik Center for Strategic and International Studies attestierte dem Verteidigungsministerium eine mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit. Da es dem Ministerium nicht gelungen sei, das tatsächlich vorhandene Interesse der USA an der Lösung diverser afrikanischer Probleme in den Vordergrund zu rücken, Präsident G.W., Da die Afrikanische Union und ihre Mitglieder LT. Foreign Policy den Zielen des AFRICOM misstrauten, fanden die Vereinigten Staaten angeblich kein Gastgeberland für die Behörde. Woraufhin sie diese in Europa ansiedelte, US-Präsident George W. Bush äußerte am 21. Februar 2008 im Vorfeld eines Staatsbesuches, Dass die Vereinigten Staaten keine neuen US-Militärbasen in Afrika planten, die liberianische Präsidentin Ellen Johnson Sirleaf hatte sich dafür eingesetzt, das Hauptquartier des US-Africa Military Command in Liberia einzurichten. Ab dem 19. März 2011 führte das Regionalkommando den Oberbefehl über die US-Angriffe auf Libyen im Rahmen des mehrphasigen Militäreinsatzes in Libyen, an welcher sich die USA und Großbritannien mittels eines gezielten Einsatzes von Thomas Hackmarsch-Flugkörper beteiligten. Die Operation verfolgte das Ziel, die Einrichtung einer Flugverbotszone zu ermöglichen. Auftrag und Zuständigkeit Das Kommando soll vorrangig mit humanitären Hilfsoperationen, Katastrophenbewältigung und Krisenreaktionsoperationen betraut werden. Das AFRICOM soll die Aktivitäten des US-Verteidigungsministeriums und anderer US-Ministerien und Behörden im Raum Afrika koordinieren und bündeln, um die politische Stabilität und das Wirtschaftswachstum der 56 Länder im Kommandobereich zu stabilisieren und intensivieren. Die Abkopplung dieses territorialen Verantwortungsbereichs aus dem EU-COM und Überführung in ein eigenständiges Regionalkommando für den afrikanischen Kontinent soll eine noch effektivere Konzentration auf die spezifischen politischen, ökonomischen und sozialen Probleme ermöglichen. Ein weiterer Grund für die Ausgliederung war der enorm gewachsene Verantwortungsbereich des EU-COM, der auch das Gebiet fast aller ehemaligen Sowjetstaaten umfasst und sich so bis zur Halbinsel Kamtschatka erstreckt. Der Fokus soll dabei atypisch weniger in der Bereitschaft der Kriegführung als in der Kriegsprävention liegen. Es ist beabsichtigt, mittels Militär- und Sicherheitsberatung eigenständige nationale Militär- und Strafverfolgungsorgane zu etablieren. Um so eine wirksame Krisenreaktionskapazität zu schaffen, die die Förderung demokratischer Systeme unterstützt und sichert. Dabei sollen Entwicklungsprogramme des Außenministeriums, deren Unterstützung und Umsetzung zurzeit noch von drei verschiedenen Regionalkommandos, dem EU-COM, dem US-Central Command und dem US-Pacific Command getragen wird, im Afrika-Command gebündelt werden, um somit Überschneidungen und Parallelarbeit zu vermeiden. Aus Sicht der US-amerikanischen Regierung gewinnt die Region aufgrund ihrer Ressourcen und oft in stabilen Machtverhältnisse zunehmend an Bedeutung. Die Einrichtung eines eigenen Regionalkommandos trägt dieser Entwicklung Rechnung. Aufgabe Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung und des NDR werden vom Mepfrik im Hauptsitz in Stuttgart Astronenangriffe in Afrika befehligt. Organisation Hauptquartier Eine Übergangskommando-Gruppe für die Aufstellung stand unter dem Kommando von RIA-Admiral Robert T. Möller. Derzeit ist das Hauptquartier in den Kelly Barracks in Stuttgart stationiert. Das spätere Hauptquartier des Kommandos könnte nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums in Afrika stationiert werden. Als Kandidat bewarb sich Liberia 2008, nachdem andere afrikanische Länder eine Stationierung ausgeschlossen hatten. Aus Kostengründen wurde eine Verlegung in die USA geprüft. Anfang 2013 entschied Präsident Obama den Verbleib in Stuttgart. Ausschlaggebend waren operative Vorteile durch die gleiche Zeitzone, stabile politische Verhältnisse sowie die hohe Lebensqualität für das Personal. Es gibt zahlreiche Fluglinien zwischen Europa und Afrika. Unterstellte Kommandos und Einheiten US Army Africa Ficentia US Naval Forces Afrika Neapel US Air Forces Afrika Rammstein Air Base US Marine Corps Forces Afrika Stuttgart Combined Joint Task Force Horn of Afrika Camp Lemania Djibouti Special Operations Command Afrika Stuttgart Zum 1. Oktober 2008 wurde die 17. US-Luftflotte reaktiviert, um als Luftkomponente des AFRICOM zu fungieren. Ab 31. März 2009 sollte das US Special Operations Command Afrika einsatzfähig sein, das dann als Verbundkommando sämtliche Sondereinsatzkräfte des AFRICOM führen wird. Am 1. Oktober 2007 übernahm General William E. Wart den Posten des Befehlshabers des US-Afrika Command. Ihm sind zwei Stellvertreter untergeordnet. Zum einen ein Weißadmiral der US Navy, zuständig für Militäroperationen und zum anderen ein Botschafter. Zuständig für die zivil-militärische Zusammenarbeit seit 5. April 2013 ist General David M. Rodriguez, Befehlshaber des US-Afrika Command.